Hallo liebe RWE-Fans, es gibt eine Ankündigung zu machen, der DJ der Mannschaft in meiner Person wird auch nächstes Jahr noch in der Kabine für Beschallung sorgen. Denn mit dem heutigen Spiel hat sich mein Vertrag um wie viele Jahre? Eins! Nehme ich erstmal eins verlängert. So, wir sehen uns im Stadion. Liebe Grüße und alles Gute. Tschüss.